Und damit willkommen zurück zu Der Hobbit. Wir haben immer noch unsere coolen, ja eigentlich nicht, unsere Masken auf, ja. Die er uns da angedreht hat. Ich dachte, das wäre jetzt hier eine richtig nice Geschichte mit irgendwie einer coole Verkleidung oder sonstiges. Und was war's? Eine blöde Brille. Warte. Haben wir. Weiter geht's. Warte, ich muss mich umdrehen. Jo. Passt. Hier geht's weiter. Oh. Geht's nicht so gut, ne? Hm. Ich komme mich immer mit ihm hier. Aber die haben jetzt Spaß zusammen. Boah, ich helfe dir wieder auf. Gar kein Problem. Und? Lässt dir was fallen oder wie? Das habe ich doch schon. Hallo? Ach so, da, ah, cool. Muss ich auch erst mal wissen. Da müssten wir noch irgendwo jetzt eine Tür haben. Eine Tür. Da hat jemand noch eine Frage. Da hinten in der Höhle glänzt irgendetwas. Glänzt etwas? Ich gehe mal rein. Ich gucke mit dem... Du da, hast du kurz Zeit? Jo. Was ist los schon wieder? Spinnenfeind. Äh, Spinnefeind. Ich hasse Spinnen. Sie krabbeln in meiner Küche herum, als ob sie ihnen gehört. Aber ich habe ihr Nest gefunden. Jetzt komme ich in ihre Küche. Womit ich sagen will, dass ich sie erledige. Kommst du? Auf jeden Fall. Warte. Stopp. Pause. 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 Kann ich mir direkt mal eine wunderbare neue Axt ausprobieren. 4 von 10, na? Wo seid ihr? Holy Shit, das war 4. Ich bin aber sehr anfällig. Ich habe keine Ansprüche dann wieder. Komm. Bitteschön. Erledigt. Ich gehe verletzen. Bei meinem Bart. Ich hasse Spinnen. Danke, dass du sie mit mir erledigt hast. Ich gebe dir Bescheid, wenn mehr von diesen Quälgeistern... Brauchst du nicht. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Okay, gibt es hier was Neues oder was? Führt hier einen Weg entlang? Nichts richtig? Das sehe ich wohl falsch. Das sehe ich doch wohl falsch. Ja, hier gibt es nichts. Okay, wir können wieder raus. Bilbo, wir sind hier fertig. Tschüss. Meld dich nie wieder bei mir. Habe ich dich eigentlich eingeschaltet? Immer Silber? Ach, da haben wir Silber. Willst du aber auch nicht immer mitnehmen? Ist der jetzt da drin? Oder ist er da drüber? Das war doch vorher nicht. Oh, hier ist aber... Hier wackelt das aber jetzt ganz schön. Habt ihr Probleme mit dem Troll oder was? Was ist denn jetzt los? Abra Kadabra. Du bist gekauft. William. Du bist gekauft. Sag mal. Recht gesagt. Ihr hört etwas schwindelig hier drin. Ja, mir auch. So. Erledigt. Auch abgeschlossen. Nice Geschichte. Da oben ist jetzt auch nochmal eine Tür. Weg. Eine Höhle. Le? Holy shit, ey. Holy shit, einfach. Einfach nur holy shit. Ich weiß nicht, wer da Hilfe gebrauchen kann jetzt auf einmal. Ah, da komme ich nicht von hier. Muss ich gleich nochmal abbiegen. Da haben wir den nächsten Stein. Was muss ich hier machen? Ah, okay. Oh Mann, wo bist du denn? Ach so. Du bist direkt hinter ihm. Alles gut. Alles gut. Ich muss hier durch. Aus dem Weg. Und dann muss ich buddeln. Ah ne, der verschwindet da wahrscheinlich hoch und schmeißt mir den raus. Oder was machst du? Du hast den einfach so fallen gelassen. Ist ja einer. Ja, ist eine gute Frage, mein Freund. Wenn du die Antwort weißt. Ich baue hier raus was. Oder auch nicht. So. Gut, dann muss ich da nochmal einmal komplett außen rum. Wollte ich gar nicht rein. Ich wollte mir nämlich ein Pferd schnappen. Dann geht das ein bisschen schneller, die ganze Geschichte. Nee, 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 nee. Gar nicht wahr, gar nicht wahr. Ich mach das anders. Da kann ich so nicht machen. Ich muss runter. So, ich mach das. Oh. Und hallo. Ach, so ein Mist, dass die nicht sofort eingesammelt werden. Das wäre viel schöner. Huch. Äh, wird schwindelig. Nehmen wir da ein bisschen schwindelig. So, ich nehm hier alles mit. Alles kaputt. So, hier rauf muss ich nämlich. Da ist nämlich noch was. Ähm, weißer Stein. Kommt der aber in den Strauchel. Oh, das ist ja richtig nice. Ja, mach. Klatschi, klatsch. Klatschi, klatsch. Klatschi, klatsch. Wo ist da noch einer? Hab ich. Klatschi, klatsch. Klatschi, klatsch. Was ist da ein Problem? Boah, der ruckelt ganz schön hier. Und Kniff hat mein Bübchen im Sinn unmöglich. Ich erinnere mich nicht an den Rest. Ich brauche die zwei anderen Sänger. Sie müssen ihre Strophen singen, damit ich es zusammenkriege. Würdest du die faulen Tölpel herbringen? Aber natürlich mache ich das. Wenn du mir sagst, wo die sind. Ah, hier. Ich kann jetzt gar nicht mehr so viele freischalten. Komm mit. Soll ich dich schon mal nach Hause bringen, ne? Ja. Komm mit. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich brauche das alles hier. Kommst du mit? Komm mit. So, das haben wir auch. Wenn er kommt. Klatsch. Hüff. 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 Äh. Flatsch. Verflixt. Wo wart ihr denn? Ihr wisst doch, wir müssen proben, wenn wir die Seestädter bei den regionalen Wettbewerben schlagen wollen. Oh nein. Die waren eh kacke. Und eins. Und zwei. Und. Klatsch. Klatsch. Und Kniff. Ich muss los. Mein Bübchen fest im Griff. Magenknurren. Ohren sausen. Und wir brausen nach Ochshausen. Hoho. Mein Bübchen. Ich muss. Ich muss los. Knatter. Knatter. Stampf und fett. Wettz. Dalli. Tempo. Laufschritt. Wettz. Nicht zu schlafen. Kleiner Aff. Hoho. Mein Bübchen. Beule, Schramme, Pferdekuss. Und zum Schluss ein Blutekuss. Hoho. Mein Bübchen. Warum? Warum? Das ist eure Strafe. Eure verdammte Strafe. Gib mir das. So. Der nächste. Stein. Wartet schon. Ja. Ob das geht? Schaffst du das eigentlich da rüber zu springen? Kannst du soweit jumpen? Wäre ziemlich cool. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Ist gut gemacht, ne? Ist ja wirklich. Wisse. Der Elb, der kann das nicht so cool. Ja. Der fliegt hier rum. Oh. Mann, 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 Mann. Oh, oh. Ne, das ist irgendwie so ein Rennen, oder? Das ist irgendwie ein Rennen. Da war wieder so ein Kreis. Das heißt nie was Gutes. Holy shit. Hier gibt es ja gar nichts. Toll. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, nein. Ich wusste es doch. Okay, der muss jetzt erstmal hier hochkommen. Oder kann ich einfach... Ja, ich könnte ihn wechseln. Dann nehme ich den guten hier. Ein Schwert ist cooler. Der hat die Agilität nicht, ne? Du auch nicht? Ähm. Wohin? Oh, shit. Du musst mir doch sagen, wo ich lang muss ungefähr. Jetzt doch nicht einfach hier einen auf... Oh. Okay, da kann ich ja, glaube ich, auch nicht schnell... Schneller sein. Boah. Boah. Und Abgang. Voll. 20 Steine wieder. Schön 20 weiße Steine. Ähm. Jetzt wollte ich aber nochmal... Hier hoch. Muss noch hier zu dem Fragezeichen irgendwie kommen. Jo, wie mache ich das jetzt am besten? Hier ist nämlich Wasser, da komme ich nicht entlang. Achso, das wäre wieder die gleiche Strecke. Oh. Ist denn der Weg? Das ist doch nicht der Weg. Hm. Du solltest nicht zu lange in diesem Wald bleiben, Freund. Das ist richtig. Deswegen will ich ja auch schnell hier weg eigentlich. Aber ich suche da noch so ein paar Orte, wo ich hin muss. Okay, dann habe ich hier noch... Ich gehe erstmal dann da runter. Muss ich wieder einmal komplett... Ich komme da bestimmt sowieso nochmal vorbei. So, was ist dein Problem? Bitte nicht singen, ja? Alle fürchten den einarmigen Ork. Aber ich denke, er wird bloß missverstanden. Ich dachte, ich könnte ihn mit diesem falschen Arm aus Zweigen und Ziegenhaar etwas aufmuntern. Das wird ihm gefallen, oder? Ich kenne einen Ort, an dem seine Kompanie ständig durchkommt. Aber er ist gefährlich. Selbst für Orks. Sei so nett und halt mir den Rücken frei, ja? Ja? Hm. Das mache ich. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Das waren nur zwei. Das waren nur zwei Spinnchen. Ja? Ja, wo willst du denn noch hin? Sag mal. Oh, das war fies. Das war fies. Das war fies. Ja, die schluckt aber auch Pfeile. Ah, hier war das mit den Eulen. Ja, ja. Frechheit. Oh, da ist noch einer. Da kommen sogar noch welche. Danke. Oh, danke. Au. Das ist sehr. Sehr freundlich. So, wie war das denn jetzt nochmal? Ich konnte, glaube ich, nicht... Geh es jetzt mal da hoch? Dann lass es doch bleiben. Ne, der muss ja hier irgendwo sein. Da ist er. Du das? Oh jo. So, der Eule, der können wir direkt... Ne, doch nicht. Also gibt es zwei Möglichkeiten, hier ranzukommen? Oder gibt es da noch irgendwas anderes? Ne. Aber da haben wir noch einen Stein. Jetzt nimmst du das auch so an? Das ist ja wunderbar. 134. Das ist überhaupt nichts. Also, puh. Schwierig. Ne, du hast nur einen Bogen. Den guten, den haben wir immer noch. Ah, das ist nicht kaputt. Machen erstmal alles kaputt, sammeln alles ein. Wir brauchen Ressourcen und wir brauchen nämlich... Münzen ohne Ende. Und wenn jetzt noch ein Charakter kommt, der richtig teuer ist, wird es unangenehm. Jetzt hast du das kaputt gemacht. Hier muss noch 10. Da ist auch noch irgendwas. Ja, gut. Ne, das brauche ich nicht. Das kenne ich schon. Das war ein bisschen härter diesmal. Okay, wir sind fertig. Was haben wir denn hier noch? Ah ja. Okay. Gut. Auf geht's. Äh, hier muss ich wechseln. Uh. So, das reicht schon. Und hier brauche ich jemanden mit einer Kombi-Attacke. So, hier brauchen wir nämlich noch ein Zwergelein. Nehmen wir dich. Einfach so. Und... Da ist er. Erledigt. Raus hier. Nichts wie raus. Da ist noch ein rotes Fragezeichen. Wo ist das? Wo ist das? Da ist das. Hier entlang. Die sind immer so teuer. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch mal einen Gegenstand, den ich nicht habe. Weil ich hatte jetzt meinen letzten zwei Mal echt Glück gehabt. Und diesmal werde ich wahrscheinlich nicht so ein Glück haben. Oder willst du gar keinen Gegenstand? Willst du was anderes? Wer bist du denn? Ah, nee, habe ich auch. Kurbeln ohne Ende. Kein Problem. Ich würde mir ja eine Mithril-Skelettkurbel schmieden, die überall passt. Aber aus irgendeinem Grund sind Bilbisse in der Schwiede nicht willkommen. Aber du könntest mir eine schmieden. Oh, und dafür verrate ich dir, wie man eine weltweite Party schmeißt. Was ist das? Oh, eine Mithril-Skelettkurbel. Endlich bekomme ich dieses Ding hier auf. Und viele anderen Dinge auch. Hier, ich überlasse dir die Ehre als extra Dankeschön. Oder so. Oder so? Was heißt das denn jetzt? Ist nicht so gut. Mittelerde fest. Will ich das überhaupt ausprobieren? Ähm... Natürlich die Frage, können die mich dann überhaupt noch angreifen? Oder sind die dann alle am Tanzen? Obwohl, ich kann mich ja auch noch bewegen. Okay, das haben wir auch. Was steht denn jetzt als nächstes an? Ah, nee. Ah, hier auch noch. Einmal den Weg entlang. Da wird man aber auch so ein bisschen bekloppt. Ganz kleines bisschen. Da, 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 da. Schön. Hat auf jeden Fall Spaß. Ich dachte, das hilft irgendwie. Wo ist denn hier der Eingang? Hallo? Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Da öffnen sich auch keine Türen. Okay, das ist fies. Jo, öffnen sich echt keine Türen. Du solltest nicht zu lange in diesem Wald bleiben, Freund. Mach ich nicht. Wenn du springst, halte A gedrückt, um noch höher zu springen. Mach. Goll. Auch schon erledigt. Aber die haben auf jeden Fall hier richtig Spaß. Die haben hier richtig Spaß. Das haben wir auch. Du kannst Lego-Beute finden. Wieso zeigst du mir das denn jetzt an? Oh oh. Oh oh. Warum? Ne, zeigt mir immer wieder was Neues an. Okay, ich glaube, das Spiel möchte, dass ich die Folge beende. Ich darf einfach nicht weiterspielen. Und deswegen sage ich, ja, es sieht echt danach aus. Deswegen sage ich, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin.